Mit den Spielern machen wir das folgende, wir baggern den Ball rüber, aber machen das hier nah beim Netz rauf, so kommt zur 3-Meter-Linie, wir baggern hier, zog kurze Strecke, kurze Strecke und jedes Mal zog 3-Meter-Linie wieder rein. So, ich muss jedes Mal, kommt der Ball, kommt da, ich komme von hier, puff, baggern, ich bin hier, und wenn der Ball gespielt ist, laufe ich rein und baggern den Ball. Also der Ball geht dort hin und her. Rauch! 13,6 Wir organisiere, die das jetzt wieder abrufen. Vielen Dank.